Meine Fans, ich danke euch allen für die lieben Kommentare, die ich mir schickt habe, für euren Support. Vor allem für meinen nächsten Freundeskreis. Die waren wirklich immer auch in der Publix dabei. Ich bedanke mich noch einmal für den Support. Es ist nicht traurig, dass ich so früh schon draußen bin. Es geht noch weiter. Und wer weiss, vielleicht seht ihr mich jetzt gleich wieder vor der Kamera. Ich bedanke euch für alle, die von Tag 1 auf meiner Seite waren. Ich bin extrem froh, dass ich so gut rübergekommen bin und dass sie mich so unterstützen. Meine Fans, I love you so much. Ich und Mr. Torpedo sind natürlich immer im Doppelpack unterwegs. Und ihr werdet uns natürlich weiterhin noch auf dem Bildschirm sehen. Alle, die mich unterstützen, die mir positives Feedback geben und mich unterstützen in der ganzen Zeit, die sie zu mir halten. Ich bedanke euch vielmals. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so gute Reaktionen bekommt. Ich bin euch für das wirklich sehr dankbar und es würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin verfolgen würdet. Ich würde mich auf jeden Fall ganz, ganz fest bei euch bedanken für die tolle Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Macht's gut. Danke vielmals für die guten Zusprüche von meinen Fans und meinen Kollegen. Ich wollte nichts anderes erwarten und dementsprechend bin ich auch extrem froh, dass es wirklich so rausgekommen ist, wie ich es mir gedacht habe. Ich danke allen Leuten, die mich hier verfolgt haben, unterstützt haben, alle Nachrichten, die ich bekam habe. Einfach danke allen, wirklich. Es war mega schön. Liebe Fans, so wie ihr mich im TV gesehen habt, ich war ab und zu etwas arrogant. Eigentlich bin ich wirklich ein emotionaler, sentimentaler Typ, aber nicht vergessen, Jay ist immer noch da. Ich bin mir wirklich wohl, aber nicht.